Bhagavad Gita, Vers 2.30 O Nachkomme Bharatas, die Seele im Körper ist ewig und kann niemals getötet werden, daher brauchst du um kein Lebewesen zu trauern. Erklärung Hiermit beendet der Herr seine Unterweisungen über die unveränderliche Seele. Indem er die unsterbliche Seele auf verschiedene Weise beschreibt, erhärtet er die Tatsache, dass die Seele unsterblich und der Körper zeitweilig ist. Arjuna war ein Kshatriya und deshalb sollte er nicht aus Furcht, dass sein Großvater und sein Lehrer Bhishma und Rona in der Schlacht sterben würden, seine Pflicht aufgeben. Man muss aufgrund der Autorität Sri Krishnas glauben, dass es eine Seele gibt und dass diese Seele vom materiellen Körper völlig verschieden ist. Man sollte nicht eine Theorie akzeptieren, die besagt, dass es keine Seele gibt und dass die Lebenssymptome auf einer gewissen Entwicklungsstufe durch die günstige Verbindung materieller Elemente entstehen. Obwohl die Seele unsterblich ist, wird Gewalt nicht befürwortet. Doch es wird, wenn es wirklich notwendig ist, nicht davon abgeraten, sie im Krieg anzuwenden. Diese Notwendigkeit muss jedoch durch den Willen des Herrn gerechtfertigt werden und nicht durch unser Gut dünken.